Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spellfoss The Breath of Winter. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, hat sich mein Porträt ein bisschen geändert. Moment, ich muss was gucken. Okay, alles in Ordnung. Das liegt daran, dass ich den runengravierten Helm schon mal angezogen habe. Ich habe mich schlau gemacht. Ähm, das Set kann man beim Händler Lucius kaufen, zumindest die Beinlinge. Die Rüstung habe ich irgendwie herausgefunden, dass ich die eigentlich schon hätte aufnehmen müssen oder so. Ich werde jetzt einfach mal weiterspielen und falls es mir in die Hände fällt, dann äh... Dann fällt es mir halt in die Hände. Und ich habe mir auch überlegt, ob ich zweimal den scharfen Krummsäbel nehme oder einmal das Kartei Nodaro. Aber ich glaube, ich lasse das Nodaro. Eigentlich hätte ich eine... müsste der Panzer dann nämlich hier irgendwo sein. Ist er aber nicht, aber... Das soll uns... Hups, Entschuldigung. Das soll uns jetzt nicht weiter aufhalten. Ich werde jetzt mit meiner verbleibenden Armee, die ich noch habe, diesen Knochenkönig bezwingen, um dann die nächste Karte zu betreten. Geht so. Emerald. Oh Gott, Emerald. Er stirbt, er stirbt, er stirbt, er stirbt. Ich seh's doch schon... Ich seh's doch schon, komm, schnell. Hau ab. Hau ab, hau ab, hau ab. Wo ist der Knochenkönig? König, 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 da. Nein. Ich wollte mich nicht selber heilen. Sie sind überall. Was ist deine Falle? So, äh, Dunhan, ich möchte bitte, dass du... Okay, du kannst nicht. Ja, du kannst nicht. Na gut. Sie sind überall. Nur hör. Äh, mein Priester ist tot. Wo ist der König? Die Ahnen rufen uns. Oh, ich glaube, der König ist schon tot. Äh, kannst du nicht mal Zone der Heilung machen? Ich flehe dich an, ich danke dir. So. Und sie sind tot. Das ging schnell und schmerzlos, auch wenn ich meinen Priester verloren habe. Aber das ist mir ehrlich gesagt Schnuppe, der ist eh unnütz. Glaub ich. Ich könnte nämlich ebenso gut die Hexe Finistra dafür reinnehmen. Obwohl... Ich könnte eigentlich... Na, Dunhan brauche ich eigentlich. Reovis ist eigentlich auch richtig gut. Ich glaube, ich nehme wirklich Priester Navid raus. Und bevor ich jetzt dann in die, äh... Ähm, nach Fastholme gehe, werde ich die Hexe eben noch ausrüsten. Denn das ist nun mal das, was ich zu tun gedenke. So, Kriegsachse kriegst du, denn du bist eine Hexe. Äh, du kriegst Mondschild. Da hast du Weisheit Minus... Ach, egal. Äh, Robe der Bannsänger. Ja, ja. Du kriegst die Robe an. Habe ich nicht einen Ring der Bannsänger? Hexerschmuck. Kriegst du auf? Ja, den Ring. Aber mir fehlt der Helm der Bannsänger. Ich glaube, den, den gab es auch beim... Was? Weiße Magie 4? Was hat die denn für eine Skillung, bitte? Weiße Magie 6 leben. Schwarze Magie Tod leben. Wow. Das ist ja mal eine... Also eine gegensätzliche Regie kann es kaum geben. Egal. Wir haben lange genug auf dieser eigentlich ganz kurzen Karte verharrt. Ich würde sagen, betreten wir die nächste Karte. Betreten wir... Fast Holme. Ich bin gespannt auf diese Karte. Ich habe sie lang nicht mehr gespielt. Ich habe allgemein Breath of Winter lang nicht mehr gespielt. Mal sehen, ob wir diese Karte in einem guten Ruck schaffen. So, ich habe Erfahrungspunkte erhalten. Sehr schön. Und ich bekomme Runen. Die ich nicht benutzen kann. Das ist fies. Stufe 16. Ich hätte nach... Ich hätte nach Tilga nachgehen sollen, weil jetzt kann ich nicht mehr zurück. Mist. Ich kann die nämlich nicht benutzen. Ich lade neu. Ich will... Wenn... Wenn... Dann... Äh... Mit passenden Runen... Entgegentreten. Ähm... Ja. Mist. Was mache ich jetzt? Erstmal... Den Helm wieder aufsetzen. Und den ganzen Kampf nochmal machen. So. Und los. Hätte ich vielleicht nach dem Kampf... Geh nicht vor. Auf den Knochenkönig. Göttlicher Zorn, Feuerschlag, Eisschlag. Das war bis jetzt immer eine sehr gute Kombination. Äh... Ja, wie gesagt. Ähm... Die Ahnen rufen uns. So. La, la, la. Gizzo ist tot. Ich könnte eigentlich auch Gizzo wegmachen. Haltet durch, Männer! Ich meine, der ist ein super Kämpfer, aber... Nein. Lass sie nur kommen. Ne. Ich glaube, ich lasse ihn mal so, wie er jetzt ist. Das ist eine Falle! Haltet durch, Männer! Und... Äh... Ja. Dann werde ich gleich einen kleinen Cut machen. Feindlicher Angriff! Und... Ähm... Das ist eine Falle! Dann werde ich auch gleich die Quest mit... Dem hier... Devos machen. So. Ach, der rennt jetzt schon hierhin zurück. Und dann werde ich nach Tilganach kurz laufen. Und... Ähm... Zu euren Diensten! Unverzüglich! Äh... Nach Tilganach latschen. Zu euren Diensten! Alles klar! Euren Diensten! Verstanden! Eben schnell... Die Runen kaufen. Ich glaube... War das nicht Händlerin Solveig oder so? Konnte ich mir nicht den Namen deswegen so gut merken? Könnte ich auch all meinen Quatsch verkaufen, den ich hier habe? Und dann werde ich erst nach Fastholmer gehen. Ich glaube, das ist ganz gut. Äh... Wir müssen jetzt nur noch warten, bis... Emerald gelatscht ist. Wenn er denn latschen will. Ja. Ähm... Das Let's Play, auch wenn es ziemlich unregelmäßig ist, macht mir bisher ziemlich viel Spaß. Muss ich sagen. Auch wenn es manchmal nicht so klingt. Auch wenn es manchmal danach klingt so, als ob... Ja, nee, die hat keinen Bock drauf. Und all sowas. Das stimmt nicht. Ich habe sehr viel Bock drauf und es macht mir auch echt Spaß. Äh... Manchmal ist halt wirklich das Problem, das Spiel an sich. Also... Das Spiel an sich ist Hammer. Ich liebe dieses Spiel. Aber... Es hat manche Sachen, wo ich mir manchmal denke, aha, musste das jetzt sein? Ähm... Ja. Aber an sich ist das Spiel echt herrlich. Und... Ja. Ich mag es sehr. So, Devos. Jetzt wird auch endlich die Entscheidung fallen, wen ich nun retten werde. Das habe ich ja schon vor ein paar Videos gesagt, dass ich mich schon entschieden habe. Ah, ihr seid es. Habt ihr das Mittel? Ja. Hier ist es. Seid bedankt, Fremdling. Nun kann ich... Oh nein. Es ist, wie ich befürchtet hatte. Es ist nur noch wenig in der Flasche. Nicht genug für beide Verletzte. Nithalf, Gnade. Was soll ich tun? Soll ich nun entscheiden, wer leben darf und wer stirbt? Mein Zwergenbruder oder die Elfe? Wer soll leben? Wer? Hm. Es ist eine schwere Entscheidung. Ich habe mal das dritte genommen, aber... Ich nehme das zweite. Weil, wie gesagt, es schaltet einen der besten Händler frei. Gebt sie der Elfe. Ja, mein Bruder ist ein Krieger. Er kennt den Preis seiner Zunft. Doch dieses liebliche Geschöpf soll nicht so grausam sterben. So. Die Quest wurde aktualisiert. Ah ja, genau. Da bin ich noch gar nicht drauf eingegangen im letzten Part. Wir haben Kyras-Essenz. Das heißt, wenn wir jetzt eine... eine leere Rune bekommen, dann wird sich diese Essenz mit dem Runenstein verbinden. Hallo. Ja. Ja. Der Zwerg ist jetzt tot. Ich kann nichts mehr für ihn machen. Tut mir leid. Kein Problem. Nehmt diese Brosche. Sie ist weder Waffe noch Panzer. Aber sie mag euch nutzen zur rechten Zeit. Sollte euch eine meiner Schwestern je mit Verachtung strafen, zeigt ihr diese Brosche. Sie wird es verstehen. Danke. Ich weiß auch schon genau, wem ich diese Brosche zeigen werde. Das kann ich tatsächlich jetzt schon machen. Oh, ist die schön. So. Was ist denn da unten? Nix. Ich könnte eigentlich auch dann direkt in die Echo-Sympho und mir... das... Ja, das mache ich eben. Dann wird dieser Part wahrscheinlich auch noch der nächste Part ein kleiner... äh... Da. Ein kleiner... äh... Zwischenpart, wo ich mir das Runenset holen werde, weil ich glaube, beide sind... Entweder das... Eine ist in Fastholme und ich täusche mich da jetzt komplett, aber das eine Set-Teil ist auf jeden Fall bei Lucius. Und ich hoffe, ich habe genug Geld, um es mir zu kaufen. Wenn nicht, werde ich es mir jetzt holen. Jetzt müsste ich nur noch... Da. Da hoch. Ach ja, Echo-Sympho. Das Blöde ist, der dritte Händler ist weg. Aber ich glaube, Lucius war der von, äh... vom Maskierten. Der hier... Der ist weg. Der ist tatsächlich in... in Tirganach. So. Lucius, ich möchte bei dir einkaufen. Du stehst da ja immer noch rum. Beeil dich. Lucius, bitte. Ja, da ist er. So. Ach. Hier. Rundengravierte Rüstung. Ich wusste es. Fünf Gold. Her damit. Sofort her damit. Vielen Dank. Leichte Kriegskunst. Kleine Klingenwaffen. 11. Na gut, das ist ein bisschen... Hey, die könnte ich benutzen. Geil. Da, Fokusring. Das ist auch ein richtig guter Ring. Der kostet aber 97 Gold. Und den kann ich auch erst ab der, ähm... Ab, äh... beliebiger Magieart 10 verwenden. Das heißt, dass ich ihn noch nicht kaufen werde. Aber ich werde es mir vormerken, weil... Den will ich haben. Der... Nämlich, ich habe... Lauter Schadenszauber hier. Und es wäre schade, wenn... Ich diesen Fokusring einfach verstreichen lasse. Der hat hier Stufe 5 Zauber. Ja, nur Stufe 5 Zauber. Kaufe ich mir mal Eisschlag. Stufe 5. Perfekt. So. Na, dann mache ich es. Na, egal. Ähm. Ich weiß, meine Ordnung in diesem... Ding lässt zu wünschen übrig, aber... Ah, ich könnte es so machen. Ha. So. Und den Blutedelstein hat er ja auch noch. Und das Knochenschnitzermesser, das muss ich mir auch noch merken. Aber hey. Warum ist das alles noch so erleuchtet? Hier war Worim, das weiß ich. Wahrscheinlich, weil ich hier meine Gebäude gebaut habe. So, und jetzt reise ich noch nach Tirganach, bevor ich dann das Video beenden werde. Wenn es mich natürlich lässt. Elfenstadt. Schnell, sonst ist YouTube wieder das Video zu lang. Das darf nicht passieren. Okay, Leute. Die Zeit arbeitet gegen mich. Ich würde sagen... Wir sehen uns beim nächsten... Ich verabschiede mich jetzt schon mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Spell for the Breath of Winter. Wenn wir nach diesem kleinen Exkurs mit frischen Runen dann weiter nach Fastholme ziehen werden, wo wir mal gucken können, ob wir den Zwergen vielleicht ein bisschen helfen können. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.